Nächste Saison geht an alle die Leute, die sich hier vor Ort engagieren. Das ist 20 Jahre später, nach dem ersten Kosovo-Festival, immer noch hier in Krippa ein Kosovo-Festival gibt. Und hier in dieser beschließenden Gleichstand geht einfach eine alternative Lebenskultur vor ihrer Heißtjorkacken. Untertitelung des ZDF, 2020 Unver Kenntnis des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017